abfahrt ne ich bin der erste weil ich mache ja mal das vor auf so ohne wiederbelebung liegt ja auch noch habe ich schon noch eine drohne die war vorhin zweimal gleich ja zweimal sind wir ja an der gleichen stelle abgekackt ja wer ist natürlich leichter wenn die erst mal hier bleiben als wenn ihr jetzt weg geht wenn ihr natürlich wieder hier bleibt dann natürlich mega vorteil ich hole den wenn ich sterbe dann ist das so ich will diesen auftrag man wusste der auftrag denn wirklich die nicht mehr eine verarsche hier ist ja fettender jetski wenn wir da richtiger hundekörper bist du ja oder zahnstocher das kann man zu dir sagen jetzt kann es ja mal kannst du mal beim dicken bizeps lutschen bände willst nix da hast du gerade die muschie von deiner muss angeguckt oder warum hast du lappen gesagt da sind wir wieder soziale zustände einfach nur weiß ich nicht ich bin verwirrt ich darf einfach verwirrt um ich warte auf anweisung vor mir müsste ein weiß gesucht sein über mir nicht vor mir ja ich komme ich laufe ja oder hin ja ja drei leute haben mich hier selber fast mit der granate ich suche die hier hier ich komme nicht durchs alter einer ist dauerung komischen ganzen der ist dauerung machen das ganze schweiß spiel den habe ich wo sind denn die anderen weiter links ich habe ich habe eine vollausgestattete sniper und ich treffe gar nichts das kannst du da keinem erzählen ich schwimme gerade rüber ich komme ja hier kannst du vielleicht looten ich weiß nicht wo die anderen sind hier kannst du auch mal looten die sachen liegen hier ne der will vorstellen er will töten das gas kommt ich brauche mittleres kaliber Einige Teammitglieder sind noch außerhalb der Sicherheitszucht. Vor dir? Ja, bei der Aus, äh, bist du? Ja, der ist down. Der ist down. Der ist down. Der da. Rechts zur Seite, der eine ist im Wasser. Der ist im Wasser. Der ist down im Wasser. Der musst du noch... Linke Seite bei mir. Der ist weggelaufen. Der ist weggelaufen. Kleinen Wichser. Die kommen hier hin und machen Welle. Was soll das denn? Der Feind nähert sich. Die landen wieder. Die landen wahrscheinlich wieder. Ja, rechte Seite. Da, da, da. Und auf der Ausflug. Noch einer. Die sind dumm, Alter. Ja, ja, richtig dämlich. Lass sie noch mal... Lass sie noch mal wiederkommen. Und wir wollten noch mal auf die... An die Ausrichtung gehen, glaube ich. Kann sein. Aber wir müssen aber auch gleich raus. Stimmengewirr. Und wir sind auf Akkis. Drei Saar der Vorratstation gesenkt. Ah... Ich hab zweimal Wiederbelebung dabei. Hier, Marmot, nimm mal einen. Ja, nimm mal eine. Selbstbiederbelebungskit hier. Ah ne, klappt, ich klappt. Selbstbiederbelebungskit hier. Achso, stimmt. Wir könnten mal ein bisschen was kaufen, ne? Was war das denn? Wir sollen Loadout kaufen? Ja. Wir können mal schnell noch hier hinschmeißen. Ja, hier. Ich geb Geld. Müsst ihr euch beeilen. Was macht ihr bis dahinten? 30 Sekunden. Junior haut wieder ab. Ja, der ist schon mit in der Zone. Den musst du versuchen hier irgendwie hier vorne. Wird schwer. Den hier nahe zu setzen. Ja, aber ist ja okay. Nee, das ist okay. Schmeiß mal mal. Ich hab auch meine Waffen irgendwie schmissen. Hallo. Amboss, let's go. Spielst du die jetzt, oder was? Ja. Das ist meine Waffe. Boah. Abfahrt. Boah, haben wir alles. Die Zuhö noch mal nehmen wird mir. Ich hab da eine goldene Maske, alles gut. Ja, ich hab auch eine. Ah! Da hätten sie Gegner. Ja. Sicher? Ja, wir müssen mal die ficken. Der ist hochgeladen. Peter, mach mal Platten. Oh, der holen. Oh, der holen. Oh. Der nicht. Ich hab gar keine. Ach. Die sind außen. Die sind nicht eben zum. Außen links. Außen links oben. Aufklärung. Ja. Sollen wir hier mit dem Seil dann hoch? Wir können ja kurz warten. Wir können ja kurz warten. Wartet. Verbündete Aufklärung aktiv. Hat ein paar Hits gekriegt. Die haben die die Bomben-Drohne wieder rausgenommen, ne? Anscheinend. Wir haben die lange nicht mehr gesehen. Hier liegt irgendwas von dem Fall nicht. Und die Kiste habt ihr nicht? Wir sind nicht mehr aktiv. Jetzt ist es entgelöst. Nee. Ich hab nur die hinten geholt. Hier sind hoch. Ich steh hoch. Ja. Ich hab noch ne Drohne. Am Seil? Nein, nein, nicht hoch. Nee, lass uns doch gerade aus. Weiter. Irgendwie gleich. Mit der Drohne oder so. Ich hab noch ne Drohne. Oh, der hat da jemanden. Ich hab auch ne Drohne. Ja, dann lass uns die. Ja, noch nicht. Gleich halt. Gleich. Wenn wir müssen. Einfach warten. Ich geh auf die linke Seite. Vielleicht kommen wir ja gleich unter der Brücke oder weiß ich nicht. Danach. Ich hab keine Ahnung. Ist alles wieder schwierig. Oh, hier ist ne Drohne. Ja, ich hab auch ne Drohne genommen. Du verlierst dein Boden. Ich könnte sie anmachen gleich. Ja, ich mach meine an. Oder Junior, mach immer deine an. 1,1, weiter auf, ey. Ja, ich habe dich. Oder über uns? Oh, ich hab nicht über uns? Und am Einkaufsfagen. Einkaufsfagen hast du auch über uns. Jaaa. Ich hab einen Fasserschlag zwischen setzen. ja vielleicht mach mal ja ich hatte gerade versucht mit sind alle über uns ja und links auch noch mal welche wir müssen schwimmen eigentlich schon fast naja gut bringt auch nicht viel wir haben wieder scheiße alles scheiße vor uns links rechts rechts geradeaus war also ich mache meine drohne an ich gehe zum mammut rüber ja ich bin jetzt im wasser hier ist ohne sogar hier unten ich bin im wasser hier ist ohne wir müssen nicht raus wasser viele wer ist hier bei Bye bye! Was? Oh, wo ist einer? Steck in Brand! Oh oh! Death down! Ich geh rüber! Da ist er auch! Oh oh! Ah, hinter uns! Oh nein! Das war mein eigener Clusterschlag! Geh doch nach 1! Upgrade! Nein, sind tot! Kann ich einer holen? Nein! Jawohl! Geil! Wow! Dann hab ich hier selbst gekillt!